Okay, Fußpronation plus Tibia-Außenrotation. In der Ausgangsposition wird das Knie fixiert, dass es keine Rotation im Oberschenkel gibt, Abduktion oder Adduktion. Und so muss der Tibia-Zusammenhang mit dem Fuß nach außen rotieren. Man muss die Endposition immer für eine Sekunde stabilisiert halten. Und das führt dann dazu, dass der Athlet auch seine Hüftstreckung verbessert. Bis zum nächsten Mal.